Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich eine Übung mit dem Luftballon für euch vorbereitet. Wir versuchen, diesen Luftballon mit jeglichen Körperteilen hochzuhalten. Ich werde mit den Händen anfangen, um mich erstmal an den Ballon zu gewöhnen. Mal mit der rechten Hand, mal mit der linken Hand und immer abwechselnd. Wenn das einigermaßen gut funktioniert, könnt ihr auch gleich weitermachen. Ich nehme das Knie noch dazu. Also Hände und das Knie. Eine weitere Steigerung ist, wenn ihr den Fuß dazu nehmt. Das heißt, wir nehmen die Hände, das Knie und den Fuß. Ihr werdet merken, dass es schon ein bisschen anspruchsvoller ist, nur mit den Händen. Eine weitere Steigerung ist es, mit dem Kopf weiterzumachen. Das heißt, die Hände, das Knie, das Fuß und der Kopf. Ihr könnt natürlich noch andere Körperteile benutzen. Zum Beispiel die Schulter oder den Brust oder den Rücken. Seid kreativ. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.